Was wird denn da schon wieder gebaut? Das sieht doch aus wie eine Mobilfunkantenne. Da muss ich gleich mal eine Bürgerinitiative gründen. Das geht nicht. Und ich habe nichts gegen so ein paar Funkwellen, so ein paar Strahlen. Aber ich bin grundsätzlich gegen alles. Weil ich bin ja Rentner. Ich habe ja Zeit. Da habe ich doch Zeit. Geh ich jetzt gleich mal rein und setz mal was auf. Am Computer, gell? So schreiben. Wer ist Schmidt gegen alles? Wer hat Zeit?